was ja genau das wollte ich auch damit auch sagen einfach mal schon 18 schleim bölle klebrige pistons machen will ich aber nicht willst du aber will ich irgendwann was kann man denn sonst mit den dinger machen ja nix also da muss ich ja wohl ja oder schmeißt sie weg was wollt ihr jetzt machen zäune wollte ich jetzt mal falsche tür gleich wollte ich aufhören zumindest für heute komm mal schon mal rüber das wird eh wieder so 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 wie beim letzten mal ich weiß das schon ganz genau max googelt schon ein paar gesprächsthemen so ja sicher doch ja sieg im übrigen ja sieg ich würde mir noch eine neue ja wir haben einen lehrer wir dürfen mit ihnen ist eigentlich siegfried aber wenn sie ihnen dann meine ich mir was der weg ja so durchzukommen ohne dabei zu verrecken das ist die kunst man ja so wie wir gebaut haben ist das wirklich eine kunst ja beim nächsten muss ich dieses scheiß minecraft strecke anfangen aber erst wenn ich mit meinen farben fertig bin und mein haus fertig eingerichtet ich habe da gerade keinen bock drauf mein haus einzurichten ich bin eher so der typ der nicht einrichtet der erbaut was ja ich baue und andere der der er der architekt ja nicht der innen einrichter oder in architekt ja der innen architekt lappen in architekt lappen richtig der designer genau in architekt lappen hey du arsch hey du arsch ich bin unter dir hey du arsch ich bin raus schon wieder raus geflogen ja ja hammer markus lefte game nein doch er war nie drin doch nee nee dude doch dude nee dude sag ich jetzt mal nix zu ne meiner gruppe gerade in der neuen in meiner klasse oder bei facebook hat gerade einer gefragt was wir auf hatten und als antwort kam chuck norris was soll ich das wissen meine fresse hatten wir was in mathe oder deutsch auf chuck norris er hatte chuck norris auf jetzt ist es klar ja jeden schreibt ein brief an chuck norris ein elektro brief du scheiß schnitzelkopf ich bin viel cooler als du ich rede gar nicht mit dir ich weiß ich habe auch mit mit deiner stimme gesprochen ich wiederhole ich rede nicht mit dir nicht mehr nie wieder von nicht mehr habe ich nichts gesagt auch schade du hast verloren warum ich verliere immer so jetzt hat dieser abgang auch mal sinnvollen grund und du bist schon wieder drin ja schnitzelkopf wo bist du ich stehe direkt vor deinem scheißhaus nein es ist kein klo oh mein gott da ist der slenderman mit rüstung hallo slenderman also du fliegst bei mir check your facts jungen alter du rennst doch nicht gerade über meine farm ich schwöre das muss bestraft werden verpiss dich verpiss dich ich bin doch schon weg man kannst dir meine neue farm angucken na hier lang hier lang wo willst du hin ja da kannst du viel wie du willst rüber latschen ja komm kannst du auch runterspringen wenn du willst achso was hast du kaputt gemacht boah ey alter das wasser holst du mir gefährlichst wieder hier hoch nö mann spacken wir gehen mal wieder bei der ne geh mal hoch da wurde nichts mehr kaputt gemacht und kannst alter strafe muss sein ich höre es auf wenn du ein herz hast ich schwöre ich krieg dich ne leider habe ich noch keinen bogen ja was heißt die ja bitch getötet wollte ich sagen oh ja das ist ein würdiges ende gewesen ne doch das ist noch nicht das ende willst du jetzt krieg anfangen oder willst du jetzt krieg anfangen der krieg hat schon längst begonnen du hast den krieg angefangen ich werde den auch gewinnen das ist das problem für dich im übrigen hast du den krieg angefangen aber egal ne du hast dann angefangen ne doch wenn du rüstest dich gerade sie doch wenn du zerstörst gerade was bei mir ich bin gar nicht gestorben man wie soll ich denn so schnell wieder da hinkommen ja keine ahnung das ist ja kein weiter weg also bei dem berg schon ich würd sagen hasta la vista Schweinebacke ich würd sagen halt die fresse Schweinebacke ach ne das zeug liegt hier noch wie viel diamanten hattest du 5 na cool ich gewinn den krieg aber sowas von brauchst gar nicht anfangen du hast schon längst angefangen ja genau aber du brauchst gar nicht weitermachen wenn ich nur wüsste wo du bist ja so wie ging das da im Haus bist du schon nicht mehr wahrscheinlich gammelt es gerade in meinem Haus rum ja ich muss 36 die Bahn kriegen also kein Krieg mehr dann gib mir mein zeug wieder ja das liegt hier davon nix eingesammelt das liegt hier und die spawnen gerade was hast du denn alles dabei gehabt hier die Gravel Fackeln Tür Eisenzeug Gunpowder Essen Rüstung das war's Markus ja ja wo bist du ich bin gerade auf dem Weg zu dir ich glaube ich habe auch nichts weiter eng gesammelt ne da kann ich ja schon mit der Moderation anfangen oder willst du noch irgendwas sagen hast du ein spannendes Thema ein spannendes Thema ob ich ein spannendes Thema hätte das fragst du mich nein ich frage das nie wieder ja danke fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen Markus ist jetzt der Knecht von mir offiziell ne das bin ich nicht willst du nochmal sterben halt die Fresse guck mal ok ja was willst du ich will nur mich gegenüber von dir stellen und dann gucken was du für einen Scheiß machst und dich da runter schlagen vielleicht ähm das werde ich aber nicht tun warte der hat auch ein Diamantschwert aber ich habe eine Diamantrüstung ja toll du hast einen Helm und einen den ist da ja das ist schon mal mehr Rüstung als du hast ich habe die nämlich fast voll und ja und da ist ein Skelett da war ein Skelett Alter da ist ein Creeper auf dem Dach lass mal reingehen da ist sogar ein Enderman auf dem Dach ja lass mal reingehen komm locken wir ihn rein fick dich weg da ein Schlag noch ähm ja genial du bleibst hier oben dann bleibst du halt hier unten dann bleibst du halt da draußen komm lieber mal rein bevor irgendein Vieh dich auf meiner Gedings schnetzelt Gedings ja dann danke fürs Zusehen ich hoffe ihr guckt auch unseren anderen Let's Plays Stay Z vor allem weil wir da voll abgegangen sind beim letzten Mal und Alter da ist ja immer noch kein Fenster drin da auch nicht ja geh mal da rein ja genau geh mal in mein Bett ähm ähm ja danke fürs Zusehen ich hoffe es hat euch gefallen äh uns hat es Spaß gemacht wie immer Alter hör auf damit raus aus meinem Server Alter platziere doch keinen Scheiß hier du hast bei mir auch hingeschissen Alter ja letztes Mal genau nee diesmal warst du es ähm letztes Mal verdammt ja ähm dann guckt auch bei unserem Vlog äh ey auf vier ist ja erschienen ne ja willst du zocken heute ja willst du zocken sicherlich okay weiß ich nicht auf jeden Fall wenn du schon zockst dann auf jeden Fall ja toll dann musst du so einen äh so einen USB-Grabber kaufen ich zeig dir mal einen guten ich schicke dir einen Link zu einem guten äh ein Video zu einem Link zu einem guten von Peatsmeet oder was ja genau den ah okay und ja dann bis zum nächsten Mal bis zur nächsten Off-Woche Alter fick dich ich seh deine Augen einfach nicht ich weiß nicht wo ich hingucken soll da oder da der hat auch keine Augen ich weiß scheiß Sledderman Sledderman also Sledderman ja dafür darfst du mich schlagen ja okay einmal und ich hab eh nur ein Herzdamage gekriegt was kriegst denn du so das sagt er nicht mehr naja dann danke fürs Zuschauen Alter pack das Schwert weg pack nur das Schwert weg brav ich weiß ganz genau wo das drauf rausläuft wer schneller Mausrad das hilft ja wann hab ich noch dabei ja lauf mal lieber Alter da sind Creeper draußen komm wieder rein boah wieso trägt denn der eine Skelettmaske oh ja die gehört mir die gehört mir die gehört mir die Maske jetzt hör doch mal auf man das muss als Strafe dafür dass du mich gedröntet hast äh ja wolltest du noch was sagen am Ende geh nach Hause deine Mama dein Vater deine Oma dein Opa mir fällt nichts mehr ein ähm ja raus aus meinem Server bevor du scheiß machst geh nach Hause meine Maus abgehauen ich bin schon zu Hause ich geh jetzt gleich weg dann Alter ficken scheiß Maus die hat einen Wackelkontakt oder was sagst du was sagst du ja meine Maus funktioniert irgendwie nicht mehr richtig scheiß Chibomaus ähm Chibomaus ja was wieso holst du Junge wie viel Damage hast du gekriegt verpiss dich ne dir ist klar dass ich stärker bin ich will dich nur einmal schlagen dafür dass du mich geschlagen hast ja mach ok dann danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal und Markus auf die Scheiße zu machen ja da tschüss